Oder Senseless. Oder der. Manchmal. Naja, dann lass uns gleich stürmen. Ups, ups, ups. Dann stürmen wir. Obwohl, ich wollte sagen, wir müssen hinten rein. Das ist ja am besten. Ihr habt ja einen Schlüssel. Geht hinten rein. Ich gehe in Ostwingen. Ich habe meinen Marker vergessen. Okay, ich komme mit. Hat sich erledigt. Amtssprache-Deutsch. Was, Amtssprache? Ach so. Wollen wir nicht hier oben reingehen? Nee, ich will nicht durch das Ressort laufen. Die schießen wir aus dem Fenster raus, wenn du dort im Zaun lang schleifst. Dort schön liegen, hinten lang. Und uns da die Packung abholen. Grundsätzlich, ja, bin ich bei euch. Aber Informationsgehalt ist halt Ich habe am Anfang mal das deutsche Wiki benutzt. Hat mir nicht gefallen. Sniper's Gas? Ja. Minus, minus. Super. Ähm, hat mir nicht so gefallen. Das Englische war halt um meinen besser. Und da bin ich halt rein geblieben und habe es auch eigentlich umgestellt. Was, noch einer? Minus. Oh, jetzt hat meine Waffe eine Fehlfunktion. Hä? Oh Gott, da ist noch was. Ja, 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 ja. Ich muss verstanden, dass er auf mich schießt. Den wieder hinter dem Container. Hä? Wo ist denn der? Ich lieg hier im Zaun. Wie konnte ich meine Waffe nochmal angucken? Warum macht er das nicht? Ich renne hier, ne? Ich renne Richtung Bunker. Irgendwo schießt da einer mit einer schallgedämmten Schrotze, oder nicht? Wups. War war das? Bin ich. Ich glaube, der sitzt immer noch so drüben. Sniper? Ja. Achso? Ich habe jetzt mal etwas zu tun. Ich bin so gerade weg. Von hier aus durftest du es nicht sehen, wenn du einen Sculpt drauf hast. Ich liege hier im Gebüsch und mich nicht abknallen. Nein, nein. In jedem Fall hast du ihn getroffen. Ich komme auch mal zum Container hin. Wenn du hier so durchguckst, oben auf der Kante. Check Fire Mode. Check Channel. Ich kann nichts sehen. L-Shift T. Vielleicht hat er sich droppen lassen. Du musst es doch auf der Seite gucken. Ja. Auf jeden Fall. Du hast ihn, glaube ich, gut gehittet. L. Nur L. So, wo war das Gäv unten? Ja, ich glaube wohl, dass er... Oben? Sniper noch? Ja. Du hast sich bloß hingelegt, der Hund. Hast du umgeliehen das? Also einen Treffer hat er ja von mir schon kassiert. Weiß ich nicht, ob ich... Ich glaube, ich glaube, der ist down. Ja, glaube ich auch. Lassen wir uns mal ins Resort vordringen. Klaus, ich glaube, da hatte ich letztens aus dem Fenster raus erschossen. Im Video habe ich dann nochmal Klaus-Splittern gehört. Okay. Das ist mir in Raid selber gar nicht so aufgefallen. Ja, das hatte ich hier auch gesehen. Was ist er neun ist? Das ist er von mir. Upp. Vorsicht, ich bin jetzt auch schon unten, ne? Okay. Ich muss mich erst mal heilen. Da hat mich gut gehindert. Da schießt du auf mich. Ach doch, das bist du. Scheiße. Frag doch erst mal. Ich dachte, du wärst doch auch mal in der Mauer. Nee. Ich bin irgendwann bei Mauer noch. Hast du dann ist der Blick Richtung Resort rechts von dir? Ich dachte, der ist down. Blick mich drauf, wie du es zusammen hier legen. Ich dachte, den hast du gelated. Ich kann auch mal nicht mehr. Ich hab dir nicht gesagt, dass... Hier rennt was, hier rennt was, hier rennt was. Was heißt hier? Oben am Resort. Drinnen oder draußen? Draußen. Denk ich hinter mir. Du rennst, oder? Nein, das ist hinter mir. Das meine ich nämlich. Ich komme, ich gehe mal unten lang. Ich komme mal unten lang von hinten hoch. Ach, scheiße. Das Makazin ist halb leer. Klaas, wo bist du? Ich komme auf dich zu. Ist einer gerannt von euch? Nein. Olli, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich bin jetzt direkt vor dir, quasi links von dir. Ja. Also ihr seid weit und eben. Ja, vorne. Hat mich. Und wo? Auf dem Dach, auf dem Dach, Matze. Auf dem Dach? Okay, warte. Aber hier liegt auch noch was, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Aber auf dem Dach ist auf jeden Fall was. Ich komme gerannt, hörst du mich rein? Ja, ich höre da was rennen. Das bin ich. Ich bin ja bei einem umgestürzten Baum. Wo bist du, Klaus? Am Durchbruch circa. Durchs Fenster. Ich bin auch down. Sack ist ich. Ich habe ihn gesehen. Das hat er gut gemacht. Matze, es sind glaube ich zwei. Okay. Du liegst am Durchbruch oben, sagst du? Ja, etwas weiter wieder Richtung den Hang runter. Okay. In so einem Gebüsch. Und ich lieg hinterm Stein dort. Ja, pass auf, Matze. Einer ist auf dem Dach und einer ist nur in den Stockwerken an den Fenstern. Okay. 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 So, eigentlich. Sauber. Den hab ich auch noch ordentlich eingeheizt. Einer hab ich ungeknüppelt. Endlich wird hier mal Platz in dem Stash. Und der da oben am Fenster hat immer noch schön geschossen. Und der da oben am Fenster hat immer noch schön geschossen.